Heute zeige ich dir zwei Alphabete im Brush-Stil mit diesen beiden Brush-Pants. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute gibt es mal wieder ein Video zum Thema Handlettering. Und vor einer ganzen Weile schon habe ich ein Video gemacht zum Thema Schriftfamilien, Schriftarten kombinieren. Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das hier oben in dieser Infokarte mal. Dann kannst du dir das nochmal anschauen. Das war also sehr basic Wissen. Und viele von euch haben mir dann danach geschrieben, dass es mal ganz nett wäre, wenn ich ein ganzes Alphabet zeigen könnte. Und genau das tun wir heute. Ich schreibe ein Alphabet und da könnte man natürlich ziemlich viele Alphabete schreiben. Deshalb fangen wir heute mal mit einem Brush-Lettering-Alphabet an, mit zwei unterschiedlichen Stiften jeweils geschrieben. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, es zu liken, einen Daumen nach oben da zu lassen. Denn das zeigt mir, dass es dir gefällt und dann würde ich eventuell weitere Alphabete auch mal anbieten, sodass man da verschiedene im Vergleich sehen kann. Heute also die Brush-Lettering-Alphabete, wobei ich hier zwei Stifte verwenden werde. Für diejenigen, die das nachschreiben wollen, verlinke ich das auch nochmal in der Videobeschreibung. Es handelt sich also um den Edding 1340, das ist der Brush-Pen, sehr gut geeignet für Einsteiger, Schwammspitzen-Brush-Pen. Und hier haben wir den Tombofodenoske. Der hat eine Synthetik-Spitze, ist die softe Variante, es gibt ihn auch noch in hart. Der schreibt also eher kleinformatig. Und mit den beiden schreibe ich jetzt erstmal die Großbuchstaben und anschließend die Kleinbuchstaben. Genau, um das jetzt zu machen, habe ich folgende Vorrichtung hier. Unten drunter habe ich so einen Linienraster. Da kannst du jedes nehmen, was du irgendwie, die kann man sich runterladen. Ich habe hier mein eigenes benutzt und drüber gelegt habe ich ein Papier, was relativ transparent ist. Das Papier verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Los geht's jetzt also mit dem Tombofodenoske. Ich schreibe jetzt erstmal alle Großbuchstaben für diesen kleineren Brush-Pen. Wir gehen jetzt die Buchstaben wirklich Schritt für Schritt durch, denn bei allen gibt es so ein paar Kniffe. Das A ist natürlich jetzt, das sind alles nur Ideen für Buchstaben, die kann man in zig Varianten abwandeln. Man sollte beim Brushlettering immer darauf achten, dass man die Buchstaben in einzelne Formen unterteilt. Und so hat man jetzt schon gesehen, dass das B zum Beispiel aus drei Formen besteht. Das C ist jetzt relativ simpel, das ist natürlich eine Form, aber jetzt auch beim D, das ist diese relativ typische Lettering-Variante, dass man eben erst diesen Grundstrich hat und dann den zweiten Strich, der den Connector mitbringt. Beim E erinnern wir uns quasi an unser Schul-E, das wäre so ein rundes E. Und das F ist immer ein bisschen tricky, finde ich, weil die Verbindung meistens über diesen Querstrich stattfindet. Bei den Querstrichen würde ich wirklich Wert darauf legen, dass die möglichst zart sind. Das G wiederum ist natürlich auch in verschiedenen Varianten zu schreiben. Hier mal ein ganz simples G, was eher so eine Art Druckschrift schon fast darstellen könnte. Das H ist auch relativ schlicht gehalten. Ich zeige gleich noch eine Variante, die ein bisschen aufwendiger ist. Beim I hat man wirklich wenig Variationsmöglichkeiten, muss man mal sagen. Ich bin beim J mittlerweile dazu übergegangen, dieses runde J zu schreiben, weil mir das sehr gut gefällt. Jetzt mal ein K, was etwas untypisch ist und hier habe ich geschummelt mit den Abwärtsstrichen. Normalerweise sind hier die Abwärtsstriche breit und die Aufwärtsstriche zart. Aber diesen Look des K finde ich irgendwie ganz cool und deshalb ist bei mir der obere Strich breit und der untere Strich zart. Hier beim M habe ich jetzt auch eine Form aus drei Strichen sozusagen. Beim N sind es auch drei Striche. Und dieses Aufteilen der Buchstaben hat einfach den Vorteil, dass man bei ganzen Wörtern, die man dann eben schreiben will, mit diesen Druckunterschieden, genügend Zeit hat, immer wieder den Stift nachzujustieren. Wenn dich die Stifthaltung interessiert, dann verlinke ich dir hier nochmal das Video, wo ich das wirklich ganz ausführlich erklärt habe. Du siehst, mein Stift liegt relativ weit oben auf meinem Zeigefinger. Und warum das so ist, das erkläre ich in diesem Video. Weiter mit dem Buchstaben, also beim R. Das ist jetzt eine Variante, dass man eben wieder von unten ansetzt und den nächsten Rundbogen macht. Das S ist gut zu variieren dadurch, dass man eben diese Unterschiede hat zwischen dem ersten Bogen und dem unteren Bogen. Da kann man sich eben so ein bisschen ausprobieren. Das T wieder mit einem sehr schmalen Querstrich. Das U ist relativ klassisch gehalten. Hier kann ich empfehlen, wirklich diese erste Form bis nach oben wieder zu ziehen. Das V. Das kann man entweder unten natürlich ein bisschen spitzer zulaufen machen oder ein bisschen runder. Beim W gilt genau das Gleiche. Das sind eigentlich zwei Formen, die aneinander gesetzt werden. Das ist eine gute Grundübung, die man auch mal machen kann mit dem Brush Pen. Ein X ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Möglichkeit, um da Großvariation reinzubringen. Das sieht halt immer sehr hart aus, weil es einfach ein X ist. Y hingegen ist das schon wieder ein bisschen besser. Jetzt beim Z noch eine sehr klassische Variante. Das sind also die Buchstaben mit dem kleinen Brush Pen gewesen. Daneben setze ich jetzt immer die mit dem größeren Brush Pen, damit man einfach mal den Unterschied sehen kann. Gleichzeitig wandle ich die Buchstaben ein wenig ab. Hier also beim A sieht man schon, da habe ich am Anfang diesen kleinen Anfangsstrich gesetzt. Und der Querstrich ist eben eher eine Welle. Beim B werden wir jetzt zwangsläufig mit dem großen Brush Pen auch immer etwas größer. Beim C kann man sich überlegen, ob man diesen Schnörkel am Anfang noch einplant. Mich stört der immer etwas, weil es dann am Ende mal ein bisschen aussieht wie so ein E. Das D kann man auch in einer etwas größeren Variante schreiben, indem man diesen Rundbogen, also diese runde Form, über den Grundstrich drüber wegzieht. Beim E hier habe ich eine ganz harte Variante quasi. Genauso beim F. Man kann diese Buchstaben natürlich auch alle ein bisschen zackiger, kantiger schreiben. Davor, die waren alle sehr rund. Das H zeige ich jetzt auch nochmal in einer Variante, die etwas verschnörkelt ist. Ne, das setze ich nochmal an. Kurzer Fehler. Ja, also das passiert auch mal. Dann einfach nochmal neu angesetzt. Dieser Buchstabe muss nämlich dann fast in einem durchgeschrieben werden. Und dann hat man ein relativ verschnörkeltes H. Das I wieder in einer sehr schlichten Variante. J in der sehr, ja, normalen Variante, wie man es wahrscheinlich kennt. Und das K habe ich hier mal genau andersrum zu dem ersten Beispiel geschrieben. L kann man natürlich auch ein bisschen reduzierter schreiben, ohne den Schnörkel oben. Beim M sieht man ganz oft beim Handlettering eben diese Form. Das ist ja eigentlich das kleine M, beziehungsweise auch das kleine N. Aber das kann man eben auch als Großbuchstabe benutzen. Beim Handlettering ist ja so ziemlich nichts verboten. Denn eigentlich geht es am Ende nur darum, dass man es noch lesen kann. Aber man kann eben sich austoben. Das P ufere ich hier etwas aus, indem ich auch die Form runterzeichne. Das Q hat natürlich auch nicht so viel Möglichkeit zur Variation. Das ist halt ein O mit einem Strich. Das R wiederum, da kann man sich dann schon wieder ein bisschen mehr austoben. Insbesondere daran, dass eben der Strich unten raus entweder nach außen gewölbt oder nach innen gewölbt sein kann. Beim T verwende ich sehr gern so eine kombinierte Variante aus großem und kleinem T. Und dann noch ein U, was ein bisschen lockerer geschrieben ist als das erste. Beim V hatte ich ja schon gesagt, jetzt gibt es noch eine runde Variante. Genau, das geht natürlich auch. Und beim W jetzt dagegen eine etwas zackigere Variante. Also ohne den Schnörkel am Ende. Das kann man natürlich auch machen. Der Brush Pen, der etwas breiter schreibt, der bietet halt immer so ein paar Möglichkeiten, dass die Buchstaben einfach ein bisschen reduzierter an manchen Stellen sind. So zum Beispiel auch beim Y. Und beim Z holen wir jetzt so ein altdeutsches Z mal raus. Das geht natürlich auch sehr gut. Weiter geht es natürlich jetzt mit den kleinen Buchstaben. Ich fange wieder mit diesem kleineren Synthetik-Brush-Pen an. Hier mit einem etwas ungewöhnlicheren A. Das kennt man wahrscheinlich auch aus vielen Schriftarten. Das kann man natürlich auch sehr gut verwenden. Beim B ist es wichtig, diesen Bogen, den zweiten, wirklich unten an dem ersten Grundstrich anzusetzen. So sind das auch wieder zwei Formen, die relativ verschnörkelt sind. Beim C hier wieder die Variante mit dem kleinen Schnörkel. Und das D ist wirklich ein schöner Buchstabe, finde ich. Da wirklich darauf achten, dass dieser runde Teil vorne, diese Form wirklich groß ist, bauchig ist und fast zusammen geht, wieder an der Stelle, wo dann der zweite Strich drüber gesetzt wird. Das F ist immer so in meinem Workshop so ein bisschen ein Problembuchstabe. Das ist jetzt ein sehr rundes F. Ich zeige gleich nochmal ein anderes. Das G ist sehr schön, wenn man das wirklich in einer Form schreiben kann. H ist ja ähnlich wie das B. Da muss man auch aufpassen, dass die Buchstaben sich nicht zu sehr ähneln. Also insbesondere, dass das B nicht zu sehr aussieht wie ein H, weil man die Form nicht richtig schließt. Beim J kann man natürlich jetzt hier mit Bogen arbeiten oder ohne. Das zeige ich gleich auch nochmal. Das K bietet die Möglichkeit hier wirklich ein bisschen schnörkelig. Also schnörkelig. Also man hat diese Bogenform und das sieht meistens ganz hübsch aus im Alphabet. Das L ist ein klassisches L, so wie man es ganz oft in der Schreibschrift eben vorfindet. Jetzt kommt das kleine M, was wir ja schon als großes M und N verwendet haben. Das schreibt man natürlich in einer kleineren Variante dann. Das bemägt sich zwischen Grundlinie und Mittellänge. Das ist eben genau der Unterschied. So auch die Buchstaben O und P, die ja an sich aussehen wie die Großbuchstaben, die sich aber dadurch unterscheiden, wie groß die Buchstaben sind und auf welcher Höhe sie eben sitzen. Das kleine P und das kleine Q gehen eben in die Unterlänge. Ein klassisches R. Ich zeige gleich noch so ein typisches Lettering R. Das S kann man natürlich wie ein großes S nur in klein schreiben. Und hier noch ein T. Machen wir es mal mit einer schlichten Welle, die natürlich auch schön zart sein sollte. Das U hier auch wie ein Großbuchstabe, nur eben zwischen Grundlinie und Mittellänge. Genauso das V. Das ist doch alles sehr ähnlich wie bei den Großbuchstaben. Genauso W, X und Y und Z. Die sind alle einfach in diesen Linien etwas verschoben und haben eben keine Oberlängen mehr, sondern gehen eben eher in die Unterlängen dann. Das Z hier nochmal in einer Variante, die eher aus dem Altdeutschen kommt. Jetzt die Varianten mit dem großen Brush Pen. Schreiben wir mal ein ganz klassisches A. Hier darauf achten wirklich, dass diese bauchigen Formen wirklich schön rund sind. Sonst sieht das immer sehr verschult aus, in Anführungszeichen. Also sehr brav, wenn man das zu klein macht. Beim D genauso. Also du siehst, dass ich hier die Form am Anfang, was ja ein C ist, fast zusammenziehe wieder und dann diesen Grundstrich drüber setze. Das E ist hier in der Form, wie wir es als Großbuchstabe schon verwendet haben, nur in kleiner. Ein F hier nochmal in etwas schlichter und ein bisschen gerader, nicht so rund. Ein G, was auch sehr klassisch daherkommt, eben mit diesem zweiten Ansatz nach dem Bogen. Das H kann man natürlich auch ohne diese Schleife oben schreiben. Dann ist es etwas schlichter. Dann muss man immer gucken, wie das zu Buchstaben passt. Genauso beim J kann man diese Schleife weglassen und beim K und beim L. Also diese Buchstaben sind alle dadurch variierbar, dass sie eben entweder oben diese Schleife haben oder sehr klar ohne diese Schleife beginnen. Beim M und N kann man etwas spielen damit, wie diese Bögen quasi an diesem Rundstich ansetzen. Das O kann man natürlich dadurch variieren, dass man unterschiedlich anfängt mit den Buchstaben. Beim P, hier auch die Form, die wir beim ersten Mal schon hatten, nur sieht es natürlich mit diesem größeren Brush Pen immer ein wenig anders aus. Achte wirklich darauf, dass du diese runden Formen dann von unten direkt wieder anfängst. Hier das klassische Lettering R, was viele immer so ein bisschen schwierig finden. Dieses Pferdchen S, was wir schon aus der Schule kennen, das kann man auch sehr gut einsetzen. Und ein T mit einem etwas abgewandelten Querstrich. Beim U können wir hier auch eine etwas lockere Form anwenden, wenn wir das in einem durchschreiben. Das V kann man entweder ein bisschen runder oder eckiger schreiben, das hatte ich auch schon gesagt. Genauso beim W. Das X sieht einfach ein bisschen volumiger aus mit so einem großen. Und Y und Z komplettieren jetzt dieses Brush Alphabet. Jetzt haben wir also hier nochmal im Überblick, das sind die Großbuchstaben. Einfach im Vergleich mal diese kleineren Brush Pens im Vergleich zu den größeren Brush Pens. Da kann man einfach ein bisschen Variationen schon reinbringen. Und dann haben wir in den weiteren Buchstaben V bis Z geschrieben und die kleinen Buchstaben natürlich, die dann jeweils immer angepasst werden müssen, daran, wie du dich eben entscheidest bei einzelnen Buchstaben. Dann sollten die alle ungefähr konsistent aussehen. Das waren also zwei Varianten für Brush Lettering Alphabete. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, welches dir besser gefallen hat, ob mit dem großen oder eher mit dem kleinen Brush Pen und welche Schriftart, Schriftfamilie du gerne irgendwann auch mal sehen würdest. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich das hier oben nochmal in der Infobox. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir doch noch dieses Video von mir an oder du schaust aber dieses Video an und wenn dir sowieso alles gefällt von mir, dann lass doch einfach ein Abo da.